Wir sind für Erdogan. Und wer möchte keinen Erdogan wählen, verliert, weil Erdogan ist stark. Wir sind hinter ihm, wir sind ein Volk und wir sind stolz auf ihn. Wir müssen den Präsidenten und den Systeme ändern. Der System in der Türkei ist nicht demokratisch. Er ist ein Diktator. Der System in der Türkei 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 ist ein Diktator.